Heute möchte ich euch einmal das Leuchthunderhalsband von A.O. Dorr vorstellen. Aus meiner Sicht ist das einfach in der dunklen Jahreszeit unverzichtbar. Es handelt sich hierbei um einen ganz einfachen Gummischlauch, in dem kleine LEDs verbaut sind. Dieser Gummischlauch kann auf die jeweilige Größe des Hundes zugeschnitten werden. Er ist leicht zu verschließen. Dafür nehmen wir das Pindchen, drücken es ein bisschen runter, klicken es ein und schon ist es zu. Ein ganz positiver Aspekt des Hundehalsbands ist, dass es nicht batteriebetrieben ist und somit auch ein sehr geringes Eigengewicht aufweist. Es wird über einen USB-Anschluss geladen, über einen Micro-USB-Anschluss, der sich hier hinter dieser schwarzen Kappe befindet. Praktischerweise war das bei Lieferung auch schon direkt vorgeladen, sodass man es auch direkt in Gebrauch nehmen konnte. So, schließen wir wieder. Dann hat das Hundehalsband dreierlei Leuchtmodi. Hier oben ist der An- und Ausschaltknopf. Drückt man einmal drauf, dann haben wir ein schnelles Blinken. Drückt man dann zweites Mal drauf, dann ist es ein langsameres Blinken. Und wenn wir noch einmal drauf drücken, leuchtet das Halsband durchgehend. Und wie man auch jetzt schon schön sehen kann, die Leuchtkraft ist ganz hervorragend. Und somit im Dunkeln wirklich absolut nicht zu übersehen. Und die Sicherheit ist gegeben, dass der Hund und auch das Herrchen oder Frauchen wirklich auf weiter Entfernung auch schon gesichtet werden können. Um wieder auszustellen, einfach nochmal den Knopf drücken und schon ist es aus. Das Hundehalsband gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Ein sehr praktisches Geh-Mit. Das Hundehalsband gibt es auch noch in verschiedenen Farben.